Sehr verehrte Damen und Herren, vielleicht kennen uns ja schon einige. Wer von Ihnen wurde denn einfach von der Frau mitgeschleppt und hat eigentlich gar keinen Bock? Okay, vier, fünf, das ist okay, ein bisschen Schwund ist immer dabei. Ich möchte aber denen, gerade denen, die nicht genau wissen, was Blassportgruppe eigentlich ist, kurz was erklären. Blassportgruppe, es reicht nicht einfach, zehn extrem gut aussehende junge Männer in grüne Anzüge zu strecken. Es reicht nicht einfach. Es reicht nicht. Es geht darum, dass das wirklich Sport ist. Es ist wirklich Sport, meine Damen und Herren. Und um das zu illustrieren, möchte ich euch einen Mann und sein Instrument vorstellen. Es ist einer unserer schnellsten, höchsten und lautesten Bläser. Sein Instrument hat keinen Namen. Der Mann heißt Christoph Moschberger mit Green Hornet. Musik 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018